Einmal im Jahr findet in der Gemeinde Gandakesee eine große Atemschutzübung aller Feuerwehren statt. In diesem Jahr stellte die Firma Neuhaus Neotec ihr Betriebsgelände zur Verfügung. Da eine Vernebelung nicht möglich war, wurden den Atemschutztrupps kurzerhand die Masten blickdicht verhüllt. Im Gebäude mussten sich die Feuerwehrleute dann im Blindflug orientieren und verschiedene Aufgaben erfüllen. Dazu gehörte unter anderem die Suche nach Person und deren Rettung. Vorbereitet hatte die Übung die Ortsfeuerwehr Schierbruch-Schöne-Moor. Mit dabei waren auch die Werksfeuerwehr, der DLW Florin GmbH und das THW Hude-Buckholzberg.